Dementsprechend kann man sich selber sehr gut bescheißen und sagen, ich brauche das Geld nicht oder ich habe jetzt die und die Priorität, aber hat man davon was? Hallo und herzlich willkommen YouTube zu einem weiteren Video auf diesem Kanal. Mein Name ist Robin und heute begrüße ich euch zum Thema Finanzen. Nicht wundern, ich sehe vielleicht aus wie Forrest Whitaker, ich glaube so wird er ausgesprochen. Ich habe in meinem Auge, ich weiß auch nicht, ich arbeite den ganzen Tag im Staub, also von daher sehe ich etwas angeschlagen aus, letzte Nacht, drei Stunden geschlafen. Läuft bei mir. Heute geht es aber ums Finanzen, noch nicht um meinen Schlafrhythmus. Und zum Thema Finanzen bzw. zum Thema Sparen, eins der, finde ich, wichtigsten und essentiellsten Sachen, wenn es ums Thema Finanzen geht, ist meiner Meinung nach ganz klar das Sparen. Weil mit dem Sparen fängt das alles an. Ihr werdet, glaube ich, ja natürlich gibt es welche, aber unter den Top 10 Verdienern der Welt sind, soweit ich weiß, alle sparsam. Beziehungsweise alle haben andere Prioritäten, als ihr Geld auszugeben. Sagen wir es einfach mal so. Ich weiß, dass, boah jetzt fällt mir der Name nicht ein, Warren Buffett wohnt immer noch in seinem Haus, was er meiner Meinung nach 1963 irgendwo in dem Zeitraum gekauft hat. Der fährt immer noch sein altes Auto, was wahrscheinlich 2.000 Dollar wert ist. Der hat keinen Rechner, der hat kein Handy und den ganzen Scheiß. Der hat in seinem Leben bis jetzt eine E-Mail geschrieben. Zumindest ist das der Stand von vor ein paar Jahren. Ich habe das in einem Buch gelesen. Und ja, dementsprechend gibt er jetzt nicht so viel Geld aus. Also es ist jetzt nicht unbedingt ein teures Auto für 2.000 Dollar, wenn man Multimilliardär ist. Natürlich gibt es auch andere Beispiele. Es gibt Leute, die haben viel Geld und ballern das alles raus. Prinz Markus von Anhalt beispielsweise. Das sind Leute, die haben irgendwann so viel Geld, die wissen nicht, was sie machen sollen und dann geben sie das Geld halt so aus. Oder auch Dan Brasilian. Die sollen alle ihre Leben leben. Ich habe da nichts gegen. Was ich heute ansprechen möchte, ist das Thema Sparen ein bisschen. Beziehungsweise, warum man sparen sollte, beziehungsweise, dass man früh anfangen sollte. Meiner Meinung nach ist Sparen, wie gesagt, einer der wichtigsten Dinge, um sich sein Geld, sein Konto, sein Kapital und seine Rücklagen aufzubauen. Macht Sinn? Jetzt ist nur die Frage, wann sollte ich sparen und wie viel sollte ich sparen? Ist natürlich ein sehr kritisches Thema. Weil je nachdem, wie viel man verdient, je nachdem, wie alt man ist, geht man unterschiedlich Geld aus, hat unterschiedliche Prioritäten. Mit 13 brauche ich mir keine Gedanken um ein Auto machen. Mit 23, wenn meine Ausbildungsstelle 20 Kilometer entfernt ist, sollte ich eventuell schon mal darüber nachdenken, eventuell mir ein Auto zuzulegen. Dementsprechend hat man andere Verdienstmöglichkeiten, andere Ausgabemöglichkeiten und, und, und. Deswegen werde ich hier keine Zahlen nennen. Mir geht es darum, dass ich in diesem Video sagen möchte, dass es wichtig ist, überhaupt zu sparen und früh anzufangen zu sparen. Weil das Ding ist, denken wir jetzt mal nach, okay, wir sind 11, haben keinen Nebenjob, kriegen Taschengeld. Mittlerweile ist es wahrscheinlich mehr als ich früher bekomme, aber ich sage jetzt einmal 10 Euro im Monat. Ist nicht viel, aber mit 11, 12 hat man jetzt auch nicht so groß die Ausgaben, möchte ich sagen. Der Handyvertrag wird wahrscheinlich von den Eltern übernommen, weil sonst hat man gar nichts. Und ein Nebenjob ist ja theoretisch erst ab 13, 14 möglich. Das heißt, da wirklich Geld zurückzulegen, meiner Meinung nach ist Quatsch. Kommen wir aber jetzt ins Alter, wo man einen Nebenjob anfängt. Sagen wir 450 Euro Basis. Okay, man ist ein junger Matten oder ein junges Mädchen, ist 14, 15, 16 Jahre alt, hat noch keine Ausbildung, hat einen 450 Euro Nebenjob und geht zur Schule. Man denkt natürlich, okay, ich habe eh nicht so viel Geld, dann kann ich das Geld wenigstens raushauen. Kann man machen, sollte man meiner Meinung nach nicht. Habe ich auch damals nicht gemacht. Weil, und jetzt kommt der nächste Schritt, sind wir in der Ausbildung, verdienen wir zwischen 400 Euro und 900 Euro netto. Also, natürlich eine Riesenspanne. Es gibt auch natürlich welche, die da drunter fallen, die sogar draufzahlen müssen. Zum Beispiel Erzieherinnen im Osten müssen, glaube ich, sogar noch draufzahlen. Bei uns verdienen sie einfach nur nichts, also im Westen. Das heißt, man kann immer sagen, okay, jetzt ist gerade dieser Status, jetzt mache ich gerade das, jetzt habe ich gerade nicht so viel Geld. Man findet immer Ausreden. Bin ich jetzt, wie gesagt, in der Ausbildung, okay, ich brauche ein Auto, dann gönne ich mir ein dickes Auto. Ja, jetzt verdiene ich mal Geld, dann muss ich auch ein bisschen was ausgeben, muss ich auch mal in Feiern gehen, muss ich auch mal das Geld da raushauen. Kann man machen, macht es Sinn? Meiner Meinung nach nicht. Man sollte, meiner Meinung nach, sparen. Sind wir fertig mit der Ausbildung? Ach, jetzt verdiene ich erstmal 2000 Euro netto. Das muss ich jetzt erstmal ausgeben. Fette Wohnung, fetteres Auto. Ich erhöhe meine ganzen Ausgabenvertrag für 60 Euro im Monat. Ist in Ordnung, ich verdiene jetzt 2000 Euro, 60 Euro. Kann man machen. Ist doof. Wann möchte man dann anfangen zu sparen? Dann lernt man eine Freundin kennen, vielleicht eine Verlobse oder eine Frau. Ach, jetzt bin ich verheiratet, jetzt muss ich auch noch mal eine Frau mitfinanzieren. Jetzt muss ich das sparen auch nicht mehr. Ich glaube, ihr versteht, was ich damit sagen möchte. So früh anfangen zu sparen, wie es geht, macht meiner Meinung nach am meisten Sinn, weil man da reinwächst. Es ist einfach so, dass man immer wieder Ausreden findet. Man findet immer wieder Begründungen und Ausreden, sein Geld auszugeben, weil immer dieser Status, den man im Leben hat, nutzt man immer aus. Es gibt immer Vor- und Nachteile und man spricht natürlich oder man geht durch den Kopf natürlich nur die Teile an, die einem natürlich dann in die Karten spielen. Dementsprechend kann man sich selber sehr gut bescheißen und sagen, ich brauche das Geld nicht oder ich habe jetzt die und die Priorität, aber hat man davon was? Nein. Meiner Meinung nach ist Sparen eines der grundlegenden Dinge, die wir in unserem Leben, mit denen wir mit aufwachsen sollten. Natürlich spare ich jetzt nicht, wenn ich 300 Euro verdiene im Monat, wahrscheinlich 400 Euro, spare ich davon jetzt keine 200 Euro, weil ich mir denke, okay, in der Ausbildung spare ich auch 200 Euro und und und. Man staffelt das natürlich dann dementsprechend, was man verdient. Und auch da kann man sagen, okay, ich gebe so und so viel aus oder nur so und so viel. Da haben wir, wie gesagt, alle andere Prioritäten. Bei mir ist es beispielsweise so, ich habe sehr viel Geld und das war richtig dumm, das bereue ich im Nachhinein auch. Ich habe mir damals einen BMW E46 gekauft. Ich blende mal hier ein Bild ein. Schönes Auto, arschteuer, 1600 Euro Versicherung im Jahr. Ich will gar nicht wissen, wie viel Geld ich ausgegeben habe für Polizei, weil es war zu tief, zu laut war er nicht, zu tief, zu viele Angel Eyes dran und und und. Also das ist natürlich ein riesen Kostenpunkt. Ich hätte mir einfach, keine Ahnung, einen Golf 2 kaufen sollen, der wäre günstig gewesen, hätte ich selber reparieren können und hätte nicht noch 1500 Euro Kosten reinstecken müssen, um das ganze Ding zu reparieren. Der Ton im Hintergrund war Facebook, es tut mir leid. Schließe ich mal eben. Also, dementsprechend sollte man meiner Meinung nach seinen Sparplan seinen Verdienst natürlich anpassen, aber man sollte definitiv einen Plan haben, weil ohne Plan läuft das alles nichts. Und man sollte sich das Geld meiner Meinung nach am Anfang des Monats zurücklegen. Pay yourself first. Eine der wichtigsten Regeln für alle großen Kapitalanlagen. Man kann natürlich auch im Laufe des Monats sparen. Ich gebe euch mal kurz ein kleines Beispiel. Eine Sekunde. Ich habe jetzt mal vor ein paar Wochen angefangen, das ist natürlich jetzt noch ein Witz, einfach mal das Kleingeld zurückzulegen. Einfach wenn ich klein, ich habe in meinem Auto auch noch eine Menge, einfach wenn ich Euro-Stücke, Cent-Stücke, ETC habe, habe ich die einfach mal hier reingeschmissen. Gar nicht staubig. Bin jetzt, na, schätze mal wie viel Geld das ist. Na, was schätzt man? So 40, 50 Euro. Viele kleine Cent-Stücke bei. Ja, sind aber schon fucking 114 Euro. Dann auch 5 Euro Sparmethode werde ich auch noch ansprechen. Hier ist auch jetzt echt viel drin. Mario ist jetzt zwei Wochen. Diese Sparmethode werde ich definitiv noch ansprechen. Nur das halt als allgemeiner Punkt. Jungs und Mädels, fangen an zu sparen. Sparen braucht nicht viel sparen, aber es muss meiner Meinung nach im Leben. Wenn euer Lebensstandard kann steigen, aber eure Sparquote sollte dementsprechend mitsteigen. Genauso wenn wir später Gehalt kriegen, beziehungsweise hier Gehaltserhöhung. Sagen wir, man kriegt 200 Euro mehr. Dann sollte man nicht sagen, okay, 200 Euro mehr. Das heißt, ich kann mir ein dickeres Auto, eine größere Wohnung, mehr Essen leisten. Okay, mehr Essen ist natürlich immer gut. Aber man sollte sein Leben dementsprechend ruhig anpassen können. Aber es nicht übertreiben. Das ist die gleiche, was ich schon mal angesprochen hatte. Nur weil ich jetzt bei meinem Handy, weil es reduziert ist, 200 Euro sparen, muss ich nicht die 200 Euro unnötig ausgeben, um mir eine Hülle für 150 Euro zu kaufen. Ich kann mir auch die Hülle für 50 Euro kaufen, die ich mir auch gekauft hätte, wenn ich das Handy für 800 Euro gekauft hätte. und habe dann noch 150 Euro über und die 150 Euro kann ich perfekt sparen. Das nur als kurzer Anreiz. Über genau Sparquoten, Sparpläne, wie man meiner Meinung nach sparen sollte, Geldtechnisch, also zahlentechnisch, werde ich nochmal in einem anderen Video was dazu sagen. Nur erstmal meiner Meinung nach, fangt früher an zu sparen, damit ihr das Ganze, damit ihr damit aufwachst und gar nicht erst in dieses Ausredenverhältnis kommt. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen, wenn ja, würde ich mich sehr über eine Bewertung freuen. Ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Bis dann, schau Leute, euer Robin HD Kanal.